Welcome back to Meeple Cards. Kai wieder am Start. Und Nicole. Hallo Meeple Friends. Bedeutet, wenn wir zu zweit sind, geht es natürlich um das Thema Brettspiel meistens. Und wir haben in letzter Zeit viel gespielt, viele ältere Sachen, neuere Sachen, aber auch Sachen für die Zukunft. Sachen für die Zukunft, genau. Und darum geht es heute. Wir haben wieder einen tollen Prototypen, der dieses Jahr auch schon auf Kickstarter kommt. Am 15. Oktober geht es los. Verlinken wir euch natürlich alles wieder. Ist schon bei Kickstarter, könnt ihr euch das vorspeichern. Und wir hatten letztens mit Biohazard schon ein mega geiles Prototypen-Spiel, was uns sehr, sehr gefallen hat. Und vielleicht auch in unserer Top-Liste des ersten Halbjahres mit drin ist. Aber wir haben ein genauso geniales Spiel nochmal bekommen als Prototypen. Ja, und darum geht es heute. Es geht um das wunderschöne Spiel. Erst 2053 Tipping Point. Ist vom Crimson Company Verlag. Also ein neuer Verlag. Also kein neuer Verlag, aber ein nicht so großer Verlag. Nicht so großer. Ein deutscher Verlag aus München, genau. Dario Reinhardt und Fabian Fischer haben das Spiel gemacht. Ja. Ist für ein bis vier Spieler und dauert 60 bis 90 Minuten. Ach ja, und ist ab 14 Jahre. Das passt auch ungefähr. Das passt, weil es ist doch schon ein bisschen da. Man muss schon ganz schön nachdenken. Also es geht in die Richtung Kennerspiel, Expertenspiel. Also eher Kennerspiel. Expertenspiel würde ich es noch nicht nennen. Dafür ist es noch machbar für viele Nichtspieler, sage ich mal. Oder Vielspieler. Nichtspieler, Vielspieler. Kann man sich aussuchen. Kann man sich aussuchen, genau. Also wie gesagt, es ist ein Prototyp und so wie wir ihn haben, ist er auch schon fast fertig. Fast fertig. Es werden, ja genau. Feinschliff wird noch gemacht. Feinschliff wird noch gemacht. Bisschen an der Anleitung vielleicht gebastelt. Ein paar mehr Sachen kommen noch mit rein, ne? Genau, vielleicht. Ja, ich denke mal schon. Aber was ist es denn? Was ist es denn? Ja, es ist ein, ja, Engine Builder mit Karten. Ein Naturspiel, wo ihr versuchen müsst, auf einer coolen Wippe, die da mit drin ist, wo im Prinzip drauf gespielt wird sozusagen. Ja, ihr müsst halt versuchen, die Umwelt zu retten, sodass halt eure, ja, sagen wir mal, Umweltseite stärker ist als die Verschmutzungsseite. Also es sind die zwei Seiten Industrie gegen Natur sozusagen. Und ihr sollt das im Gleichgewicht behalten oder die Natur natürlich besser haben am Ende, damit die Welt und die Menschheit überleben kann. Also es geht wieder ums Überleben der Menschheit. Schon wieder. Wie bei euch was hat, bloß zum anderen Thema. Genau. Und was hat denn ein Spieler an sich erstmal? Genau, jeder Spieler von euch sucht sich am Anfang erstmal eine Nation aus. Also in den Prototypen sind es erstmal vier. Vielleicht wären es noch mehr, könnte ich mir gut vorstellen. Da haben wir jetzt erstmal Amerika, Deutschland, Italien und China. Zu der Nation sucht ihr euch da noch einen, ja, Chef sozusagen aus, Experten, wie auch immer. In der Version auch erstmal vier, könnten auch noch mehr werden. Die sind doppelseitig sogar, ne? Die sind doppelseitig und haben jetzt da in der Version auch alle eigentlich ihre, ja, identischen Fähigkeiten, außer halt ihre Spezialfähigkeit. Da hat jeder seine eigene Spezialfähigkeit. Das ist dann schon sozusagen der fortgeschrittene Modus. Wenn man also schon ein bisschen eingespielt ist, kann man die andere Seite verwenden, um das Spiel ein bisschen flotter zu machen eigentlich. Genau. Der hat dann einen speziellen Effekt, den man einsetzen kann für bestimmte Sachen. Zusätzlich hat jeder Spieler ein Tableau sozusagen, was wunderschön gestaltet ist, in einer Blumenform sozusagen, wo man seine einzelnen Bereiche hat. Also von Elektrizität zu schulischen Wissenschaften, zu Mechanik und allem drum und dran. Das sind neun verschiedene Bereiche, farblich gekennzeichnet, wo man mit seinen Würfeln, die jede Nation am Anfang anders setzt, verschiedene Stufen erreichen kann, um mehr Geld zu generieren, was die Hauptressource ist, um Karten nachher auszuspielen oder spezielle Bonis nachher zu erhalten. Genau. Aber das Problem ist halt, je weiter ihr auf eurem Tableau nach oben wandert, ja, dann kommt auch dann wieder die Verschmutzung ins Spiel. Ja, wer halt gierig ist, dem fliegt es eventuell um die Ohren. Also es ist gleichzeitig, die Firma versucht Geld zu generieren, um neue wissenschaftliche Technologien aufs Feld zu kriegen. Aber, wie gesagt, wie du schon sagst, wenn zu viel und zu gierig ist, können auch negative Faktoren die Umwelt beeinflussen. Weil die Wippe ist sozusagen ausgeglichen mit Steinchen. Die grünen sind die guten Steinchen, die grauen sind die schlechten Steinchen. Und Ziel des Spiels ist es eigentlich, am Ende die grüne Seite komplett voll zu kriegen, dass die Wippe auf der Seite ist und man das Spiel gewonnen hat. Aber? Aber, wenn vorher zum Beispiel die Verschmutzungsseite ganz auf den Boden oder auf den Tisch kippte, dann habt ihr leider das Spiel verloren. Also das heißt, grün muss komplett sein, grau kann euch schon vorzeitig das Spiel beenden, was es nicht leicht macht. Was es nicht leicht macht, genau. Und deswegen, ihr spielt auch alle zusammen, also nicht gegeneinander, sondern ihr müsst alle in eurer Gruppe oder auch alleine versuchen, die Umwelt zu retten. Nicht nur die Umwelt retten, auch Kanäle retten. Das heißt, Kanal abonnieren und Glocke aktivieren. Wie gesagt, bald kommt auch unser Top-Video für das erste Halbjahr. Welches Spiele haben wir dabei? Es sind eine Menge, muss man sagen. Es sind eine Menge, ja, das stimmt. Und dank euch haben wir ja schon so schnell jetzt die 500 Abonnenten geschafft. Dafür nochmal danke. Da wird es auch ein großes Gewinnspiel für die Community geben, egal ob Brettspiele oder TCG. Für jeden ist was dabei. Auch in der Top-Liste ist für jeden was dabei, würde ich sagen. Ja, auf jeden Fall. Also, nicht verpassen. Genau. Aber kommen wir wieder zurück zum Spiel, weil das ist erstmal das Thema. Genau. Also, wie wird es gespielt? Am Anfang kriegt jeder von euch sieben Karten auf die Hand und es werden dementsprechend, wie viele Spieler mitspielen, ja, die Desaster sozusagen ausgelegt, die ihr dann natürlich versuchen müsst wegzukriegen, damit halt nicht zu viele graue Steinchen gleich auf der Wippe erscheinen, sozusagen. Macht am Anfang, also wenn ihr alleine spielt, ein Desaster. Bei vier Spielern sind es am Anfang vier Desasters. Macht in der ersten Runde, müsste man schon versuchen, die ersten wegzubekommen, weil da werden noch keine grauen Steinchen, sage ich mal, zur Umweltverschmutzung produziert. Das wird erst am Ende der ersten Runde, weil wenn man sofort graue Steinchen bekommen würde, wäre die Wippe auf der Seite und man hätte sofort verloren. Genau, man könnte gar nichts machen. Man hat diese Karten, die sind unterteilt in den verschiedenen Farben der Bereiche, die man sozusagen hat und die kann man ausspielen mit Geld aus den verschiedenen Bereichen. Es gibt Karten, die müssen aus dem Bereich bezahlt werden, also eine Elektrokarte muss zum Beispiel auch aus dem Elektrobereich bezahlt werden, aber es gibt auch Karten, die können aus allen Bereichen sozusagen Geld sammeln und zusammen aufs Feld gebracht werden. Was es dann ein bisschen einfacher macht, aber diese Karten sind auch sehr teuer, also da braucht man dann schon mal so elf, zwölf, dreizehn bis hoch zu sechzehn Geldeinheiten, sage ich mal, um diese Karte spielen zu können. Und manchmal hat man halt noch so einen Effekt, dass halt ein Steinchen von eurem Tableau auch wieder weiter nach unten wandern könnte, aber ihr habt auch immer auf der Karte zwei Effekte, die sozusagen, wenn ihr die Karte ausgespielt habt, die ihr dann sozusagen anwenden könnt. Entweder habt ihr den Effekt, ihr könnt schon ausgespielte Karten von der gleichen Farbe oder auch, wenn ihr diesen Joker habt, auf die andere Seite drehen zum Beispiel, was wichtig ist, damit ihr überhaupt die Desasters wegbekommt. Genau, die Desasterkarten haben an allen Seiten, also oben, unten, rechts, links, Pfeile dran. Diese Pfeile muss man versuchen auszugleichen, da die Desasters von Runde zu Runde schwerer werden, das heißt also von Stufe 1 bis Stufe 5, ist es vielleicht am Anfang an einer Seite zwei Pfeile oder an zwei Seiten jeweils ein Pfeil, die kann man schnell ausgleichen. Aber bei Stufe 3, 4, 5 wird es natürlich immer mehr, dann sind auf einer Seite auf einmal vier, fünf Pfeile, die man mit seinen Würfelchen ausgleichen muss. Genau. Wie kriegt ihr nun diese Würfelchen? Also diese Würfelchen kriegt ihr entweder über euer Tableau, nämlich wenn ihr mit euren Steinchen hochwandert und auf die gleiche Stufe kommt, wie ihr das Steinchen daneben in dem Bereich habt ihr, dazwischen kommt ihr Boni. Das können sein, diese Tokens halt, die ihr auf diese Karten legt, um die Desasters wegzubekommen. Es kann Geld sein, es kann sein, dass ihr Karten ziehen könnt oder sogar auch graue Steinchen wieder von eurer Würfel entfernen könnt. Das, was man natürlich dann im Zusammenspiel absprechen muss oder gucken muss, wer kann jetzt was für das Team sozusagen machen, weil Ziel ist es, die grauen Steinchen wegzukriegen, aber auch die Desasterkarten, weil die am Anfang, sage ich mal, am Ende der Runde jeweils pro Karte zwei graue Steinchen produzieren, später sogar noch mehr. Später noch mehr, genau. Vier, fünf, sechs, ich glaube sechs war sogar das höchste. Oh, das weiß ich nicht, wir hatten immer vier, das war schon. Ja, das war schon heftig, da muss man schon entweder sehr viele grüne Steinchen haben, um das auszugleichen, oder halt viele graue schon vorher weggekriegt haben. Ja, genau, weil nämlich am Ende jeder Runde alle die Karten, die noch ausliegen, ja, die Steinchen bekommt ihr halt auf eure graue Seite. Und die grünen Steinchen bekommt ihr ja halt nur, wenn ihr eine Desasterkarte weggespielt habt. Das heißt, die spielt ihr weg und bekommt dafür die grünen Steinchen, damit ihr die grüne Seite Stück für Stück voll machen könnt. Gleichzeitig haben eure Karten, wie du schon gesagt hast, Effekte, dass ihr die Karten drehen könnt oder eure Bereiche aufwerten könnt, aber eure ausgespielten Karten können auch negative Effekte haben, dass auch dort graue Steine dazukommen. Das kann auch passieren, ja. Aber was noch ganz cool ist, halt jetzt ist jetzt in die Anleitung aufgenommen worden, wenn ihr halt eure Runde sozusagen beginnt, zieht ihr ja erstmal neue Karten nach und gebt dann noch zwei Karten von eurer Hand an den linken Mitspieler halt weiter. Vielleicht, ja, braucht er halt die Karten besser, hat vielleicht mehr Geld, um diese Karten gleich spielen zu können. Wenn ihr das jetzt zum Beispiel nicht habt, wäre es, also das ist jetzt eine ganz coole Mechanik, die noch mit aufgenommen wurde, die das Spiel eventuell ein bisschen einfacher machen könnte. Also alleine ist das Spiel schon sehr, sehr knackig. Du hast ein paar Runden gespielt und hast es, glaube ich, noch nicht geschafft. Nein. Nein. Zu zweit haben wir auch die ersten Runden nicht geschafft und dann erst, dann später. Jetzt haben wir so unseren Flow drin, wo wir wissen, was wir machen müssen, weil vor allen Dingen die Ressource Geld sehr, sehr knapp ist, muss man sagen. Das ist schon sehr knapp. Man kriegt Geld eigentlich nur immer jeden Rundenanfang. Je höher man in dem Bereich in der Stufe ist, desto mehr Geld bekommt man. Oder es gibt auch die spezielle Möglichkeit, diese farbigen Karten an die gleiche Farbe ranzulegen und jede Farbe, die da dran liegt, bekommt man eine Münze. Das heißt, wenn man eine pinke Karte an eine andere pinke Karte, kriegt man zwei Münze. Genau, eine Münze. Und bei drei Karten wurde man zwei. Also da kann man dann nochmal Münzen generieren. Genau, der sogenannte Synergie-Bonus. Also wieder, das ist ein sehr, sehr knackiges Spiel und man braucht so ein paar Runden, um reinzukommen, um erstmal alles zu verstehen, um was man machen kann. Also wir haben in den ersten Runden, glaube ich, auch einige kleinere Fehler drin gehabt, haben dann entweder gesagt, ja, es ist jetzt zu leicht, jetzt ist es zu schwer. Ja, da waren dann kleine Fehler drin. Und wenn man die aber dann richtig gespielt hat, war eigentlich das Balancing sehr gut. Und dann ist es natürlich auch eine Frage, welche Karten kriegt man. Genau, wir waren aber auch immer häufig in Austausch mit den beiden Autoren gewesen, die uns da doch schon einiges dann noch erklärt haben und uns geholfen haben. Oder teilweise haben sie gesagt, ja, okay, das war eine Anleitung noch nicht aufgeschrieben. Okay, schreiben wir gleich mal mit auf. Jetzt haben wir gerade mal eine etwas neuere Version bekommen, auch auf Deutsch. Und ja, waren noch einige Sachen jetzt mit neu aufgenommen, die wir auch so angemerkt haben teilweise. Das ist ja das Schöne, wenn wir die Prototypen kriegen. Wir sind viel im Austausch immer mit den Autoren. Also das machen wir von uns persönlich, machen wir das sehr gerne, weil die Autoren geben die Spiele natürlich weiter, um zu gucken, wo dran kann noch gefeilt werden. In der Anleitung, im Material, im Spielerischen. Und da geben wir gerne unser Feedback zurück, um zu sagen, ja, da könnte man vielleicht was. Oder das haben wir nicht richtig verstanden. Dann sagt der Autor, oh, das muss ich nochmal in die Anleitung mit aufnehmen. Das ist eigentlich immer ein guter Austausch zwischen beiden Seiten. Das stimmt. Und ich muss auch sagen, das Material von dem Spiel ist schon sehr gut. Auch da wird mit Sicherheit noch ein bisschen gefeilt werden, an der Wippe vielleicht vor allen Dingen. Auch das Cover, ne? Das Cover sieht schon sehr, sehr schön aus. Auch, guck mal, das Backcover kannst du auch mal vielleicht gleich mal zeigen. Da ist so ein bisschen aufgebaut. Da ist so ein bisschen die Materialien, alles, genau. Aber wir blenden euch ja wieso immer alles ein. Genau. Und wir werden das Spiel jetzt auch in unserem nächsten Livestream euch mal ein bisschen präsentieren, wo ihr mal auch reingucken könnt. Also, nicht verpassen. Schön ranleicht. Genau, da zeigen wir euch so ein bisschen mal, wie die Materialien sind, wie was gespielt wird. So ein paar Beispiele, also wir werden keine komplette Runde. Dafür ist es dann recht lang, sage ich mal, 90 Minuten. Dafür ist es so lang, ja, genau. Dasselbe werden wir auch mit Biohazard nochmal machen. Aber anspielen tun wir es auf jeden Fall. Ja, anspielen auf jeden Fall. Ihr sollt ja sehen, um was es geht. Genau. Könnt ihr schon mal einen kleinen Einblick dann tun. Die Materialien werden wahrscheinlich auch nochmal ein bisschen verfeinert, weil die Wippe ist zurzeit aus so einer harten Pappe. Ja, Pappe ist so, ne? Das wird mit der Zeit natürlich sich bei den Wippbewegungen am Tisch immer ein bisschen abschrabbeln. Das kann man sich nicht verhindern. Ja. Auch da passen die Sachen noch nicht zu 100 Prozent, dass sie genau so drauf sitzen. Aber das ist dann alles nachher in der Produktion, wo dann der Feinschliff sozusagen drin ist. Ja, klar. Also wir haben ein wunderschönes Spiel. Wie gesagt, wir verlinken euch unten auch nochmal die Kickstarter-Kampagne. Ja. Ist im dritten Quartal, hat das gesagt, ne? Genau. Das ist das Quartal. Genau. Wirklich schönes Spiel, macht viel Spaß, wie gesagt. Macht sehr viel Spaß, ja. Durch die Schwierigkeitsstufen, ob man alleine oder zu viert, weil ja je mehr Spieler man ist, also das könnte man auch noch sagen, Desaster kommt pro Runde natürlich wieder neue dazu. Je mehr Spieler man hat, desto mehr Desaster kommt man. Also bei einem Spieler würde pro Runde ein Desaster dazukommen, bei vier Spielern dann vier. Das macht natürlich den Schwierigkeitsgrad, je nachdem, sehr gleichwertig, sage ich mal. Ja, genau. Genau, ja, weil wenn man alleine spielen würde, wenn man dann mehrere Desaster, also das ist wahrscheinlich unmöglich, ja. Aber dadurch, dass man, also auch im Spiel, man muss sehr viel kommunizieren. Also man muss wirklich untereinander sich absprechen. Zum Beispiel macht der eine erstmal das, legt erstmal Karten oder dreht Karten um oder je nachdem. Also da könnt ihr euch untereinander wirklich wunderbar absprechen und ja, um es halt zu schaffen, damit ihr halt gewinnt, alle zusammen. Also wie gesagt, wir freuen uns über solche Prototypen, wenn man die jetzt schon bekommt und spielen kann und sagen kann, wie toll die sind, um die Autoren natürlich auch zu unterstützen. Weil die viel Arbeit, jahrelange Arbeit, jahrelange Arbeit stecken, muss man sagen, wirklich, wirklich schön. Ja. Und TCG wird natürlich in nächster Zeit auch wieder ein bisschen mehr kommen. Star Wars, das zweite Set steht vor der Tür. Locana steht vor der Tür. Also auch da wieder Pokémon. Da gibt es auch jede Menge. Für jeden also was dabei auf dem Kanal. Und was steht noch an? Die Brettspiel-Con in Berlin. Unsere T-Shirts sind auch schon da. Sind auch endlich angekommen? Ja. Genau. Also man erkennt uns auf der Masse. In der Masse. In der Masse. Auf der Messe. Genau. Also sprecht uns an. Auch das werden wir euch natürlich so viel wie möglich zeigen und präsentieren. Dann mal gucken, da haben wir schon ein paar Ideen. Mal sehen, was so möglich ist. Genau. Und dann würde ich sagen, verlinken wir noch zwei Videos. Ja, klar. Lasst euch überraschen, was es ist. Könnte alles sein. Ja. Und dann hoffen wir, ihr schaltet auch das nächste Mal hier wieder ein bei... Mipelkatz. Ciao. Tschüss.